hallo meine lieben rambas und herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play world of tanks und heute haben wir den fv 215 b 183 am start ein ding was eigentlich immer mal wieder extrem nett anzusehen ist denn wir brauchen nicht drüber reden aber das der ist einfach nur trollig und wir sehen auch schon da die spaßgranaten vorgewählt wie hier ist es normal die he das ist die premium variante deutlich mehr durchschlag und auch krasser schaden und dann gibt es auch noch eine ap die hat zwar die meisten durchschlag macht am wenigsten damage deswegen wer richtig spaß mit dem haben will der scheiß mal ein bisschen auf die credits und spielt den einfach mit der ich würde es einfach mal spaß munition bei dem panzer nennen denn da kommen einfach die zustande für die man auch diese reihe diese todes reihe diesen todes crime wie ich ihn nenne weil einfach die panzer für mich persönlich einfach so furchtbar sind davor und genau dann will man einfach hier belohnt werden mit dem vierzehner phantom lp vielen lieben dank an der stelle natürlich auch für das replay immer wieder schön replays zu bekommen und gerade wenn sie hier dann auch den einen oder anderen hitpoint am ende des tages vom gegner abzieht umso schöner habt ihr gesehen was er gemacht hat wir haben im budget 25 t mit einem einzigen fucking schuss einfach mal rausgenommen hat nicht ganz gereicht mit einem schuss eigentlich aber das feuer hat es dann doch erledigt und genau das meine ich glaube wenn du als spieler in dem augenblick in dem panzer sitzt und dir passiert ist ich glaube der lacht noch mal mehr als ich gerade gemacht habe weil es einfach so unfassbar surreal ist da kommt einer daher mit seinem 10er der denkt er ist jetzt king of kotlet und zack oder auch der petten auch kein so ganz schlechter panzer aber da reicht halt einfach mal so eine granate und das ist halt das thema bei diesen panzer dass es einfach unfassbar spaßig ist damit wenn ich solche sachen sehen gibt es auch ganz ehrlich zu da habe ich dann auch wieder echt kurzzeitig richtig bock wir den selber zu holen aber dann kommt halt was nur 1600 damage auf die budget ist ja ekelhaft das ist auch so dass der moment wo ich mir dann ja den will ich auch den will ich auch und dann kommt wieder irgendwie keine ahnung der at daher oder sonstiges und ich denke mir immer dann so ich will ihn doch nicht alles klar hat sich erledigt würde mich mal interessieren oh haha würde mich interessieren wie ist denn euer grind bisher so damit verlaufen was war denn eure erfahrung und tschüss löwe auch nur 1400 schaden jetzt wisst ihr glaube ich warum er den einfach nur mit der spaß munition spielen sollte ja wie ist denn eure erfahrung habt ihr euch den gegönnt oder ist es bei euch ähnlich wie bei mir dass euch dieser client so unfassbar abschreckt dass er gesagt hat nee ist zwar schön aber leider so budget dachte sich jetzt mal cool den hole ich mir jetzt aber das hat sich nämlich ganz schnell erledigt der s1 hat ihn dann rausgenommen und er war auch schon auf der lauer gelegen sonst hätte er sich halt jetzt die budget geholt und jetzt nimmt er vielleicht dann halt die löwen da ämter lange ein 8.650 schaden ja was soll ich sagen 7.700 kills hat vier schüsse bisher in der runde angebracht vier stück und vier kills gemacht wenn das ding nicht spaß auf zwei ketten ist dann weiß ich es auch nicht da ist ein kv2 ein scheiß dagegen artis früher ein scheiß dagegen das ding ist einfach nur drollig oh ja da hat er ein bisschen gewartet er hat nämlich nur 200 points habe gehabt da dass ich mir wahrscheinlich überlegt so noch mache ich den jetzt ich weiß es nicht und dann hat er es doch noch abgedrückt und das besondere an dieser runde ist jetzt hat er ja wirklich nur premium bisher geschossen aber obwohl er keine reserve oder sonstiges an hat geht er am ende mit dieser runde mit nur mit minus 7.000 raus also jetzt auch nicht so dass man sagt die runde hat jetzt mal hunderttausende credits kostet nein nur 7.000 das ist absolut okay oh ja hier ist frei und tschüss ihr ist frei man sollte dem panzer nicht entgegen fahren wenn man nicht weiß ob er reload hat oder nicht so jetzt hat er da noch eine arti und was ist das für ein td der wz 120 das sind doch die letzten beiden dafür hat er jetzt nimmt jetzt auch noch die ap weil er hat keine premium mehr aber ich denke das reicht auch da der wz ich glaube der weiß nicht noch nicht was ihm droht aber jetzt gleich passiert es dann auch schon und da ist es auch schon erledigt 431 9.093 schaden und die runde ist gerade mal fünf minuten alt wahnsinn einfach nur und es tut mir leid wenn ich mich vielleicht wenn ich mich da amüsiert drüber aber man sollte es auch nicht so bier ernst nehmen ich glaube wenn ich wenn man gegner ist klar dann ärgert man sich aber mal so eine runde im replay anzusehen das macht definitiv sehr viel spaß und jetzt wird auch schon gefragt nach mädchen wolters und der schreibt ja please aber man sieht schon die anderen leute die gehen da schon für die arti und ich denke mal die denken sich auch brett wolters du so das objekt fährt sogar zurück aber der jagdtiger unbedingt der alte gierlappen lässt ihn da nicht den kill naja und da ist er genervt verstehe ich auch wer ich auch ehrlicherweise naja sei es drum trotzdem auch ohne dem kill und ohne redley wolters eine geile runde die sehr viel spaß hat zum zusehen gemacht das war ein gutes deutsch danke von der grammatik her ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst doch einen daumen da ansonsten bis zum nächsten mal euer alkaramba ein